Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin aus zwei Gründen sehr glücklich. Zum einen, dass ich als siebter Redner und als erster Mann zu dieser Debatte überhaupt sprechen darf. Zum anderen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, freut es mich auch außerordentlich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen Interesse an dieser Debatte zeichen. Das Plenum füllt sich, wir haben drei leibhafte Ministerinnen auf der Regierungsbank bisher sitzen. Freut mich, dass dieses Thema doch eben so viel Resonanz im Parlament findet und das verdient es auch, meine Damen und Herren. So, jetzt das Applaus. So, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten in einer Vielzahl von Berichterstattergesprächen, von Abstimmungsrunden, von Sitzungen über das sogenannte Entgelttransparenzgesetz debattiert. Kontrovers diskutiert, ja, und bisweilen auch gestritten zwischen den Koalitionspartnern, aber auch bei uns intern mit unseren eigenen Leuten. Das war nötig, um eben schwindend hier ein vernünftiges und ein akzeptables Ergebnis hinzubekommen. Doch am Ende herrschte weitestgehend Einigkeit. Bezüglich geschlechtergerechter Bezahlung besteht Handlungsbedarf. Die bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen ist nicht länger hinnehmbar. Und ja, es ist richtig. Es ist kaum jemand zu vermitteln, dass unsere Töchter später mal bei gleicher Ausbildung weniger verdienen sollen als unsere Söhne. Frau Schaus, brauchen Sie was? Dann habe ich mehr Zeit. Ich komme noch zu Ihnen. Einigkeit gab es in diesem Punkt auch schon bei den Verhandlungen des Koalitionsvertrags. Deutschlands Zukunft gestalten vor knapp dreieinhalb Jahren. Aus diesem Grund wurde die Forderung nach mehr Transparenz durch einen individuellen Auskunftsanspruch in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Zitat. Unternehmen werden dazu aufgefordert, mit Hilfe verbindlicher Verfahren und gemeinsam mit den Beschäftigten und unter Beteiligung der Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Betrieb in eigener Verantwortung erwiesene Entgeltdiskriminierung zu beseitigen. Wir wollen eine Initiative gemeinsam mit den Tarifpartnern starten, um die Muster von strukturellen Entgeltungleichheit in Tarifverträgen zu erkennen und zu überwinden. So unser Tarifvertrag. Frau Ministerin, Sie haben im Auftakt zu dieser Rede immer die 21 Prozent angesprochen. Für die Kollegen, die mit der Materie nicht so betraut sind, wir reden über zwei Entgeltlücken. Einmal die unbereinigte Entgeltlücke mit 21 Prozent, die daher resultiert, dass viele Frauen in schlecht bezahlten Jobs tätig sind. Aber was wir überwinden können und überwinden wollen mit diesem Gesetz, das ist die sogenannte bereinigte, die sogenannte nicht erklärliche Entgeltlücke von 6 Prozent bei gleicher Beschäftigung, bei gleicher Ausbildung, die die Frauen weniger verdienen als die Männer. Nur an die können wir ran. Wir können nicht den Frauen verbieten, als Verkäuferin zu arbeiten, wie schon gesagt, und gleichzeitig eben eine Bezahlung geben wie ein Diplomingenieur. Das wird nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, wir hatten uns in der letzten Debatte zu diesem Thema auch ausgetauscht. Ich glaube, neben diesem Beseitigen der Entgeltlücke, neben dem Auskunftsanspruch, ist es wichtig, Frauen zu stärken, selbstbewusste zu verhandeln, nicht erst, wenn die Entgeltlücke Frau Ministerin erkannt ist, sondern schon bei Eintritt in ein Unternehmen zu sagen, jawohl, ich habe Fachkräftemangel, ich bin als Frau dieses Wert und ich haue auf den Tisch und verlange das selbe wie der Mann ein Stück weit dazu, beziehungsweise verlange ein ordentliches Gehalt. Ich glaube, auch das gehört dazu, über entsprechende Mentoring-Verfahren, über eben die Stärkung der Frauen. Ich glaube, das eine sollten wir tun, aber uns andere nicht zu lassen, dann tun wir den Frauen alle gemeinsam was Gutes. Meine Damen und Herren, ich freue mich auch, dass es uns bei diesem Gesetz gelungen ist, für die Unternehmen die Bürokratie, die dadurch das Gesetz zwangsläufig entsteht, auch zu kompensieren, auch abzubauen. Es wird eine Regelung mit eingeführt, wonach in der Vergabeverordnung das, was hier an Bürokratie für die Unternehmen zusätzlich kommt, wieder quasi gegengerecht werden kann. Das heißt, es ist keine bürokratische Mehrbelastung für die Unternehmen. Auch das ist wichtig, den Menschen zu sagen, wir halten uns an das One-in-one-out, was Sigmar Gabriel vor Jahren gefordert hat. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Da bedanke ich mich ausdrücklich bei Ihnen, Frau Ministerin, dass uns das gelungen ist. Das war in der ersten Nächsten noch nicht der Fall, aber haben wir hinbekommen. Meine Damen und Herren, es wird auch nach diesem Gesetz möglich sein, verschiedene Arbeitnehmer unterschiedlich zu bezahlen. Sie haben jetzt auch die Situation, dass bei ähnlicher Tätigkeit der eine Kollegin mehr bekommt, der andere weniger bekommt, und dass es Leistungszulachen gibt. Das wird es auch in Zukunft geben. Nur, was dieses Gesetz bedingen wird, dass der Chef erklären muss, worauf beruht die Leistungszulache. Warum bekommt die Frau weniger als der Mann, der dasselbe tut? Ich glaube, da wird das Gesetz einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung bringen. Ich freue mich auf diesen guten Tag für die Frauen. Heute ist ein guter Tag für das Parlament. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, es war doch noch relativ ruhig. Wir haben es gut hinbekommen.